Der PAG, Plan d'Amenagement General, definiert Benutzung vom Gemengenterritoire und giedert Gemeng an der Stadt- und Landschaftsentwicklung um Niveau von der Konstruktionen an der Gringflaschen. Der PAG betrifft die Dillinger-Avonadirekt. Daher hat die Schäferröte entschieden, eng mit den Bürgern zusammenzuschaffen. Von Juni bis Dezember 2015 werden Workshops und Arbeitssitzungen organisiert. Folgen Themen werden abordeilt. Stadtentwicklung an öffentlichen Raum Mobilität Landschaft an Gringflaschen Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Mobilität Bei der Entwicklung vom PAG Matze machen, hilft sich auszudrehen, dass die Dillinger-Avonadirekt über das Patrimoine für seine Gemengen, über die Kreation von neuen Wundkartieren, über das Besuch von der Mobilität und den Kommerzen und über die Identität und die Entwicklung von verschiedenen Karten. Und alle die, die in den Arbeitssitzungen in Delhi geholt haben, ein grosses Merci! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!